Nashorn, Hyänen und Löwenskulls. Unschwer zu erkennen, wo ich gerade bin. Euer Sony Ericsson-Fernreporter steht gerade im Qualata Game Reserve und jetzt geht es gleich für mich auf eine Safari-Tour und ich freue mich schon riesig drauf und bin gespannt, was ich euch für Tiere präsentieren darf. Bis gleich! Die Tour hier ist auf Sotama, weil da kann ich jetzt hier nicht so gut alles filmen, weil es rucklig ist und weil ich meistens nicht so nah an die Tiere rankomme mit meinem Zoom hier, aber ich gebe mein Bestes. So, wir sind jetzt hier bei einer Schlangenvorführung und dürfen diese jetzt sogar mal anpacken. Ist der absolute Wahnsinn. Schaut euch ruhig mit den Schlangen, ehrlich, ich kann es nur empfehlen. Schaut euch mal. Und ich darf jetzt sogar mal einen riesen Python berühren. Was für ein Erlebnis. Ich lege mir jetzt live hier eine Python um den Hals. Das war's mit der Fan-Reportage. Ja, Martin, nur einmal lächeln. Eben wirksam am Hals. Der ehemalige Fan-Reporter. Jetzt bin ich jetzt hier in'resleten hearth für uns getanzt. Ein Lied über die Das ist ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss. Und ich hätte für jeden Fall hier, Wahnsinn, die Afrikaner, neben uns mit zum Tanzen. So ihr Lieben, jetzt sitze ich hier in einer afrikanischen Bar und trinke original afrikanisches Bier. Und dazu gehört aber auch so ein kleiner Brauch, den demonstriere ich euch jetzt mal. Danke, danke. Jetzt befinde ich mich auf der Rückreise von einem wundervollen Ausflug, der mir die afrikanische Kultur um vieles näher gebracht hat. Ich habe original afrikanisches Bier getrunken und auch gelärmt, wie man das machen muss. Ich habe mit den Einheimischen getanzt und ich habe die tollsten Tiere gesehen. Und jetzt freue ich mich einfach, beim Fußballabend auszuspannen. Spanien, Portugal, Paraguay gegen Japan. Tschüss.